äh hier sind andere können wir bitte bis Lower T-Sole gehen warum? in Saloon aaaah, ein Schönting ist das warum gibt es denn hier nie den Saloon, das ist so jagerlich also ich meine hier oben ist auch nicht schlecht, aber der Saloon ist besser also Erik, du hast bei mir nur Vorteil, wir haben dann Saugroboter, wir haben Philipp Sioux du saugst aber auch, oder? mhm geil das wird ja wirklich gut und dann dich als Hausfrau, eigentlich besser kann man gar nicht leben aber? nee, da musst du aber den Saugroboter abstellen, du darfst dich mitnehmen sonst lenkt Erik noch, dass sein Robot geklaut wird ja nee, dass du denkst, dass ich dich durch eine Maschine ersetzen will, Erik ja, aber hä, du ersetzt ihn doch durch eine Maschine äh, hier sind andere oh, oh, oh der ist ja genau vor mir ja ich glaube das ist einer ich glaube da ist einer ja so ja wirklich da du trägst m dollar unten 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 bei mir auf der seite am eingang hockte der grad er hat mich aber gar nicht gesehen also der hockte grad in der tür drinnen hat hier eine falle platziert achtung na deswegen hockte er mal jungs habe ich reingeschlichen und die fahrung oder ich sollte mich mal er macht das schon so viele zombies wo ist der hier ja das hier oben er ist runter gesprungen schön schön in die zange genommen aber lordy soll muss man eigentlich mal fighten weil das ist ja eigentlich schon das lordy soll da gehen wir nachher und erstens mit ihr fertig machen ein richtiger rest am schauer um saloon was war das ich habe richtig schön den schlubber von der fliegenhalten gesehen ach komm hier sind verbrannte oh hier sitzt blech unten läuft jemand ja am fenster ist einer maulen pass auf ja genau dort stand einer schön na komm nimm es doch weg schön hier vorne ein hit da ist wieder rein eins pop schön so steht die tür vorne steht schön ab ihn schön das war den du durch die tür getötet hast der andere ist auf der anderen seite der treppe unten unten im saloon jetzt hinten 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 hat er noch einen hit bekommen ab ihn schön er hat zwar nicht so gut geämpft aber er hat direkt vor an der tür gewartet Ach, Eric. Ich tue es jetzt offen. War sehr schön von dir, Max. Also auch von Eric. Ich hab auch nicht gemacht gewonnen. Du hast gesagt, dass der am Fenster war. Es hat geholfen. Die waren wirklich so verwirrt damit, weil die mich pushen wollten, aber konnten nicht rum, dank Max. Ja. Die waren super, weil ich gecallt hab, dass der am Fenster steht. Noch eine runde Poker. Ach so, an dem Tisch spielen wir. Wo? Ach, wir haben beide ein Paar. Schön. So. Gehen wir hin? Gehen wir in die Next Contact? Natürlich. Einfach weiter. Einfach direkt abholen. Oder ist so weit weg. Wollen wir was die jetzt machen? Ne, die sind schon da am Ausgang. Dann gehen wir raus. Wir gehen zur Karawane und holen die Points. Okay, wir gehen zur Karawane. Wir hatten so'n Glück, dass hier das Tor zu war, weil da verbrannt wird hinten war. Der Max wirklich, wie es du einfach... Zum Glück hat er das Tor zugemacht. Wie es Max einfach schafft, in der letzten Sekunde mir noch ein AP war zu verbrennen. Nice. Ich habe... Ich habe... Ich besuche mal den Ding. Adipösen, Kerl. So. Hast du gelesen, welchen du genommen hast? Unsterblich. Weil ich einen Erdschwur habe. Ach so, ich dachte, du bist ehrlich. Ne, ne. Ach so. Ähm... Atemschwur ist das okay, ja. So, okay. Machen wir einfach mal. Unsterblich. Okay. So, geh mir raus. Ja. Wir gehen raus. Ab in den Süden.